Grüß dich Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Der Bitcoin-Preis pumpt über Nacht wieder einmal nach oben. Das, was man schon seit einigen Tagen oder Wochen wieder mal gebraucht hat, ist jetzt passiert. Und bei den ganzen News zu den großen Abverkäufen des BKA und auch von Mongox haben sich einige Käufer wieder aktivieren lassen. Und wir sehen ganz brauchbare Influß zu den Spot-ETFs. Einige Millionen Dollar, insgesamt eine halbe Milliarde Dollar, wurden gestern wieder mal in Bitcoin reingeschmissen. Also hier wird auch der Bitcoin-Dip tatsächlich wieder mal gekauft. Und es ist gerade aus dem Korrekturboden heraus einfacher möglich, auf die Richtung 2x 100% Kursanstieg bei Bitcoin zu wetten. Anstatt, dass man das hier zu den All-Time-Heir-Regionen macht. Da gilt wieder unser Motto, je tiefer wir fallen, desto reicher werden wir beim neuen All-Set hoch. Wir gehen also heute in ein Chart-Update. Ich werde euch meine Positionen zeigen. Und auch zwei Coin-Favoriten, wo sich jetzt wieder mal deutlich macht, welche Coins hier nicht nur auf Hype aufbauen, sondern wirklich durch große Nutzerzahlen und vor allem gut steigende eigene Coins, die nicht so stark korrigieren, hier wirklich vorrangig dabei sein können im Portfolio. Und ich glaube, dass dort die Performance auch weiterhin top sein wird. Dementsprechend schau das Video gerne bis zum Ende an. Wie immer lade ich dich dazu ein, zu den ersten 19.000 Auenenden dazugehören. Und sei auch gerne beim nächsten Livestream mit dabei, wo wir live die Charts, alle Fragen und viele Altcoin und News durchgehen. Hier tatsächlich bedanke ich mich, wie bei den Videos, für den unglaublichen Support, auch in einem Bärenmarkt. Dementsprechend besten Dank an euch. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir hier die 100, 200 Daumen nach oben auch unter diesem Video packen. Wir wollen gar keine Zeit verlieren und direkt mal in den Bitcoin reinschauen, weil dort hat es so ausgesehen, dass wir den Boden, dass wir den Support verloren haben. Und genau deswegen haben wir in unserem Chart beim Eröffnen dieses Bullrun Trades auch noch ein paar Limit Orders nach unten gesetzt. Und meine Position wurde hier um knapp 7.000 Dollar vergrößert beim Preis von 55.000 US-Dollar. Noch möchte ich einfach vorwegnehmen, das Ding ist noch nicht gegessen. Und ich habe immer noch Positionen offen, die wir bei 50.000 Dollar erst aktiviert bekommen. Sprich, hier wird dann nochmal zur Long-Position knapp 10.000 Dollar hinzugefügt, weil ich grundsätzlich bei Bitcoin auf 1 vertrauen kann. Es wird massiv volatil und so einfach die Gewinne machen, wie es im Bärenmarkt heraus ist in einem Bullrun nicht. Da wird es immer sehr, sehr emotional. Du spielst auf einmal mit Geld, das du vorher gar nicht hattest und mit Kapitalgrößen, die einfach teilweise wirklich über den Verstand hinausgehen und du nicht mehr optimal dazu entscheiden kannst. Dementsprechend einfach nach unten hin die Preisziele immer noch nicht rauslöschen, obwohl wir heute einfach mal mehr in die bullische Richtung sehen. Denn unsere Konsolidierungsphase, das war der letzte Bereich, wo man sich ein bisschen orientiert hat bei Bitcoin. All-Time-High erste Korrektur und dann wieder in die Richtung All-Time-High wieder eine Korrektur. Aber diesen Boden, diesen Support-Bereich, den können wir aktuell noch nicht außen vorweg lassen. Man kann immer noch erstens abverkauft werden, was vielleicht noch ein bisschen Abwärtsmomentum mit dabei hätte. Aber ich persönlich stelle hier diese Art von Chartstruktur um. Der Boden, der hat nicht so gehalten. Wir haben zum Glück auch darunter gekauft. Und ich würde das Ganze eher so einzeichnen, dass wir einen tief verwärdenden Boden mit drinnen haben, niedrigere Hochpunkte und dann in diesem Rahmen vermutlich der Bitcoin-Preis traden wird. Sprich, sollte man hier irgendwie nochmal runterkommen, dann werde ich hier in dieser Richtung Long gehen und sollte man natürlich hier das Chart-Pattern nach oben ausbrechen. Ich persönlich habe meine Long-Position Wunschgröße erreicht. Wir sind damit schon 5.000 im Gewinn gewesen. Jetzt sind wir 5.000 damit im Minus. So eine Schwankung, die halte ich dafür absolut problemlos. Sprich, hier über ein Bitcoin-Positionsgröße in die Long-Richtung ausgesetzt. Und wenn man dann vielleicht aus dem Sommer rauskommt, und das Beispiel, wenn wir diesen Time-Frame hier nehmen, da wären wir schon im Oktober. Nur wenn es so läuft, wie es jetzt zufällig eingezeichnet ist, da kommen wir ins Quartal 4 mit rein. Und da denke ich, wird vielleicht nochmal mit Präsidentschaftswahl, Zinssenkungen und dann auch vielleicht ein bisschen Inflation, Geldmengensupply, da soll es dann vielleicht nochmal einen explosiven Push, vielleicht eben genau auf 100% vom jetzigen Kurs, über 100.000 bis 120.000 Dollar geben. Wo ich euch gleich zeige, warum das psychologisch genauso eine Take-Profit-Area wäre. Ich wäre auf den Fibonacci-Level, wo wir die Psychologie des Marktes immer wieder überraschenderweise mitbeobachten können, bei 100.000 Dollar bereits ein Take-Profit. Und wenn man darüber hinaus schießt, über das Fibonacci-Extension-Level, dann wären sogar die 120.000 Dollar hier drin, vom aktuellen Preis. Dann würde ich vielleicht nochmal final den Hebel hochsetzen, dann würde ich vielleicht nochmal Gas geben, aber vorher einfach die Katze im Dorf lassen, die niedrigen Preise weiterkaufen, wenn sie kommen. Und aktuell können wir trotzdem noch sehen, wir sind noch nicht über den EMA-Ribbons. Da ist noch ein bisschen Platz über uns. Sprich, erst ab 63.000 Dollar wird es hier interessant. Und wir könnten genau wie im letzten Bereich zwischen Mai und September oder Mai, Oktober hier zweimal runtergedippt sein und dann einfach alles in diesem Preisbereich für lange Zeit verlassen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir jemals wieder auf 30.000 Dollar runterfallen. Hier sind wir jetzt gerade beim zweiten Mal, wo es nach unten durchbricht, kombiniert mit Faktoren wie Angst, Fear & Greed Index steht auf Angst und dann natürlich großen Abverkaufs-News und, 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 und. Sprich, da können wir noch drunter kommen. Was unter uns schon funktioniert hat oder was gerade erst wirkend zeigt, sind die Weekly EMA-Ribbons. Sprich, einfach so Durchschnittspreise. Wir sind auch unter dem Short-Term Realized Price drunter und irgendwo wird der Kurs dann aufgefangen. Und da zählt in den Bullrun dieses irgendwo, meistens irgendwo mit den EMA-Ribbons mit. Sprich, hier gigantischer Support. Ohne dem hätten wir es dann nicht wirklich in die Bullruns reingeschafft. Und jetzt ist es, glaube ich, auch vernünftig, in dem Bereich von der Korrektur einzukaufen, wo du genau diesen Support mit drinnen hast. Das sind die Punkte, worauf ich achte. Über die Weekly EMAs sind wir schon bei 61.5. Wir sollten dort auch Wochenkerzen drüber schließen. Ab den 63.000 Dollar sind wir auf den Daily EMA-Ribbons schon ausgebrochen. Und das wäre ein absolut bullische Wegweiser, wo man natürlich bestenfalls drunter schon gekauft hat. Genau das haben tatsächlich jetzt auch die Spot-ETFs gemacht. Die haben hier den Dump ausgesetzt, aber sind jetzt hier zurückgekommen mit einigen 100 Millionen Inflows. BlackRock führt wieder mal an mit 187 Millionen Dollar an einem Tag. Also das ist schon eine ganz heftige Menge. Stell dir vor, du erzählst irgendwie 10 Kollegen, sie sollen Bitcoin kaufen. Vielleicht kauft einer um 50 Dollar und vielleicht investiert ein anderer 1000 Dollar. Manchmal investiert auch jemand mehr. Aber nur als Vergleich, wie groß diese Finanzmaschinerie dort ist. Hier reden wir nicht von 100 Dollar, hier reden wir nicht von 100.000 Dollar, von 187 Millionen Dollar, die quasi hier von den BlackRock-Vertretern, Finanzmitarbeitern und Co. an Bitcoins für die Kunden verkauft wurden oder angekauft wurden. Und wir sind immer wieder Kritiker von Bitcoin, aber ab und zu und in letzter Zeit lässt man immer öfter Leute ins Fernsehen, die absolut in die richtige Richtung denken. Und hier ein kurzer Ausschnitt, der live auf CNBC schon war. Hier könnt ihr mal sehen, was aktuell auch im TV rumgeht und was für den Bullrun dann den nötigen Treibstoff und das letzte Kapital für die Top-Phasen erst anziehen wird. Und das ist der Retailer und der wird wahrscheinlich Fußball schauen aktuell, aber grundsätzlich in den Bullrun-Zeiten ist dann sowas wieder absolut spannend. What percentage of gold's market cap should Bitcoin have within five years? Well, you know, think about it this way. When you look at the price of Bitcoin, look at the denominator, look at USD. So I'd rather really think about the USD part of Bitcoin over USD than comparing it to gold, because... When you look at what gold's valued at, it's over USD. So it's the same... It's the same idea. It's just, I think, when... Think about what you think about the dollar and think about what you want to replace it with. Gold is... Gold in its physical form is hard to move around. That's what I mean. Bitcoin should at least... There's no reason it shouldn't be just 10% or 20% or 30% of gold. Right. It should be... And, you know, poor Senator Menendez. I mean, you know, he's like walking around with these gold bars. It's like... I mean, if you had Bitcoin, it would have been right on his... I think they were hidden. I don't think he was carrying them. Oh, he wasn't actually carrying them. Or it would have been a lot easier. He'd probably still be, you know, sailing, no problem. That's right. And actually cleaning up a lot of these old cases about Silk Road and Mt. Gox, I think, will help. Like, that helps just sort of cleanse us all of these kind of old sins, and we can move on with a clearer idea of Bitcoin as being a store of value. And a lot of the ETF holders, I think, feel that way. Also, you know, diversified returns. So, the whole asset class presents a lot of opportunities. You're a stacker. And you think people ought to keep stacking? I think people should really consider with their advisors to add 2% to 5% of Bitcoin. Also, here ganz krass. Es wird auf einem amerikanischen Sender davon geredet, irgendwie einen Dollar-Ersatz zu finden. Und dann wird natürlich ein bisschen Bitcoin gefragt. Wie viel Prozent der Marktkapitalisierung von Gold sollte Bitcoin zum Beispiel erreichen oder könnte das erreichen? Und er sagt einfach so, ja, okay, wir müssen hier den Dollar-Bereich anmessen. Wir müssen hier den Dollar anpeilen. Angenommen, wir ersetzen den Dollar. Gold passt da nicht so ganz rein. Also, Schotz verheert gegen den Dollar. Und dann sagt er auch was richtig Cooles. Bitcoin-Histore wird jetzt mal ein bisschen sauber gemacht. Sobald diese Dinger wie Silk Road verdaut sind, sobald die ganzen Schwarzmarkt-Transaktionen und Dark Web und Co. illegalen Sachen vorbei sind und nicht mehr aktiv genutzt werden. Und da rollt man gerade drüber, die Dinger alle zu beschlagnahmen, abzuverkaufen. Dann hast du schöne, saubere Bitcoins oder sauber gemachte Bitcoins. Und dann kann wirklich der Store-of-Value, der Wertspeichereffekt für Bitcoin im Vordergrund sein. Und das sind natürlich super gute Sachen. Bitcoin wird dann aufgrund seiner mäßigen Vorgeschichte, obwohl Bitcoin immer gleich war, die Leute, die Bitcoin genutzt haben, haben es halt definitiv für ein bisschen heftige Zwecke ausgenutzt. Und dieser Fleck auf der Historie, der wird ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Einer der bekanntesten Blockchain-Analysten für Bitcoin geht sogar noch einen Schritt weiter. Das wollte ich noch dazu ergänzen. Er sagt ja nicht so, ja, man muss da nicht gegen die 100 Trillionen Dollar Marke in Fiat-Geld auf der Welt irgendwie vergleichen oder auch erst recht nicht nur gegen den Gold-Bereich, sondern Bitcoin hat eben die Macht, generell den Markt von 500 Trillionen Dollar der gesamten Assets auf der Welt irgendwie anzugehen und dort ein paar Prozente mitzureißen. Das war natürlich gigantisch. 5 Trillionen Dollar wäre 1% der globalen, Market Cap für alles. Und da sind es dann doch ein paar 100.000 Dollar pro Bitcoin, die man erreicht. Das zusammengefasst beim Thema Bitcoin. Man hat hier die Chance natürlich noch unter 60.000 Dollar zu kaufen. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht nur noch ganz kurz. Auf jeden Fall ist eins ganz wichtig zu sehen. Aktiv sehen wir gerade bei Binance, dass sie extrem große Reservenzuwächse sehen. Ob da jetzt ein bisschen OTC dazu gekommen ist von irgendwelchen großen Bitcoin-Abverkäufern oder hier neue Kunden dazu kommen. Das ist schon ein spannender Fakt. Gerade Binance, wo man immer wieder sehr viel FAT hört, immer wieder viele Probleme hat und ich nutze Binance seit 2017. Da hat immer alles funktioniert und ich hätte dort auch wirklich die wenigsten Sorgen, weil sie auf den Bitcoin-Ridge-Lists mit die größten Bitcoin-Adressen besitzen, wo transparent ihre Reserven drauf sind. Trotzdem gut zu sehen und ich persönlich bin ja ein Freund von Börsen-Coins. Binance-Coin habe ich tatsächlich mit einer 2XLong wieder dazu gekauft in diesem Dip und auch den BGB-Token von Bitget habe ich mir wieder dazu gekauft. Einfach weil Börsen hier im Milliardenbereich mitspielen, Milliarden große Gewinne machen in jedem Bullrun und die sich nicht so schade sind, den eigenen Coin wirklich zu unterstützen, zu pumpen und deswegen Binance-Coin, Bitget-Token sind jetzt relativ zurückgekommen von den All-Time-Highs, aber ihr seht schon mal hier, wie bisher der Kursverlauf war. Du kannst hier nicht wirklich von einer Korrektur sprechen. Das hier zwischendrin, das sind zwar schon mal 26%, aber was sind denn 26%, wenn du hier auf dem Monats-Chart irgendwie andere Alt-Coins mit vergleichst? Das sind schon heftig gestärkte Coins oder stark gestützte Coins und auch der Binance-Coin ist zwar ein bisschen runtergekommen von seinem All-Time-High, aber die sind zumindest für mich stabil genug, dass ich da ein bisschen mit Zweier-Dreier-Hebel reinfahre und optimal in den All-Time-Szenarien dann wieder Gewinne mitnehme. Ich denke, das sind ja wirklich nur noch so die Shake-Outs vor dem großen Auftrieb, vor dem großen Pump, der dann kommen könnte. Also Börsen-Coins solltest du dir immer ansehen, wenn du zentrale Börsen nutzt und auch irgendwie an einer großen Partei mitverdienen willst. Denn egal, was ein AI-Coin macht, was ein Meme-Coin macht oder ein Layer 2 oder sonst was, Börsen machen die Milliarden. Da ist keine Roadmap mit, wir werden irgendwann mal Geld verdienen. Da ist kein Geldeinsammeln mehr, sondern die sind Hyperliquide, absolut stabil im Markt und sind eher weniger volatil, trotzdem mit einer schönen Upside drinnen. Und es muss nur einmal wieder ein Launchpad kommen bei Binance oder bei BitGat oder bei Maxi oder bei OKX oder sonst wo. Und dann hast du gleich wieder mal ein paar Prozente mitgenommen. Wäre auch keine blöde Idee. Und was auch noch super stark ist, und ihr könnt jederzeit natürlich in die Telegram-Gruppe dazukommen, habe ich hier noch gesehen. Und noch ein zweiter Altcoin, der Rekorde bricht, ist ja Toncoin. Die Ton-Blockchain, die integriert in Telegram ist, kann man ja über den Chat einfach nutzen. Und da sind natürlich riesengroße User-Bases erreichbar, über 900 Millionen User. Und jetzt hat man schon die ersten Anzeichen gesehen, steigende Kurse, steigende Zuwächse in den Nutzerzahlen, Adressen, aktive Adressen und Co. Und jetzt hat man zum ersten Mal die täglich aktiven Adressen auf der Ethereum-Blockchain übertroffen. Und das natürlich sehr gut. Auch Solana hat irgendwann mal so seinen Weg genommen und ist dann natürlich vom Kurs her schön explodiert. Und das wäre vielleicht beim Toncoin auch möglich. Auch ein Projekt, das ich schon lange auf der Liste habe, wo wir auch im Bärenmarkt fleißig gekauft haben, in diesen Bereichen. Immer wieder mal ein Dollar-Kost-Average-Punkt vielleicht bei über 2 Dollar erwischt, aber dann auch bei den 1,60 Dollar und ein bisschen drunter gekauft. Sprich bestenfalls wäre das eigentlich schon ein Coin, um Profite zu nehmen. Aber wir sehen auch zum Beispiel bei Solana, wir sehen bei Toncoin unglaublich brauchbare Nutzerzahlen, On-Chain-Daten und solche News wie das. Könnten ein versteckter Hinweis sein, wenn es nach oben geht, welche Coins richtig performen. Aber gerne kannst du mal deinen Favoriten mit in die Kommentare reinschreiben, welcher Coin wird von heute an am meisten steigen. Mein Tipp ist da sogar trotzdem auch in Richtung Meme-Coins, vielleicht Paper, aber du kannst gerne mal deinen Coin reinschreiben. Und falls du noch eine Kryptowährung suchst, wo du jetzt in den volatilen Zeiten deine ersten Positionen, Long oder Short, einsetzen möchtest, dann habe ich hier die zwei Börsen für dich, wo es gerade richtig gute Einzahlungsbonus gibt. Und das muss man ähnlich vergleichen, wie die netten Werbeangebote vor deinem Fußballspielen für 200 Euro Einzahlungsbonus und Co. Hier gibt es aber 10.000 und 5.000 Dollar Einzahlungsbonus, sprich auf der Börse Levex, wo du ohne KYC traden kannst, wird jeder Betrag bis 5.000 Dollar mit einem genauso großen Trading-Gutschein belohnt. Sprich, du zahlst 5.000 Euro ein, du hast 5.000 Euro auf dem Account und bekommst aber eine gratis 5.000 Long oder Short Position. Wenn sie dir in den Profit geht, bekommst du alle Gewinne und kannst alles davon auf dein eigenes Konto ziehen. Wenn die Position in die falsche Richtung geht, dann hast du im Endeffekt nur einen Bonus verloren und dein eigenes Geld würde ich nicht fürs Traden verwenden. Ähnlich ist auch die Aktion, die BitGet für euch raushaut. Im Endeffekt gibt es hier über meinen Link, die findet ihr beide in der Videobeschreibung ganz oben mit drinnen, eine bis zu 10.000 Dollar große Position. Wobei auch hier der Bonus eher mit 5.000 Dollar der effektivste wäre. Ihr könnt eine Position mit einem 10er Hebel aufmachen, weil hier unten eine 10.000 Dollar große Position mit einem 50er Hebel, das ist wahrscheinlich schnell mal über den Tisch gewischt. Aber gut, kann jeder natürlich abstauben, soviel er möchte. Die Links sind unten in der Videobeschreibung und würde mich natürlich freuen. Dementsprechend gerne euer Altcoin-Tipp in die Kommentare. Ich wünsche euch wie immer maximal gutes Wetter, maximal gute Fußballspiele und dann sehen und hören wir uns schon im nächsten Video, Livestream, Telegram-Gruppe, in den YouTube-Kommentaren oder im Inner Circle. Ich wünsche euch da wie immer was. Ciao, ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017